Die Große Koalition ist perfekt. Das schönste Weihnachtsgeschenk für unser Land. Auf Bundesebene haben sich SPD und CDU-CSU auf eine Große Koalition verständigt. Auch nordrhein-westfälische Regierungspolitiker waren in ihren Rollen als Parteifunktionäre an diesen Verhandlungen beteiligt. Für die SPD haben folgende Regierungsmitglieder als Parteifunktionäre aus NRW für ihre Ziele gekämpft. NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft und die Minister Dr. Norbert Walter-Borjans, Gareth Dün, Guntram Schneider, Michael Groschek, Ralf Jäger und der Staatssekretär Dr. Marc-Jan Eumann. Für die CDU waren folgende Mitglieder des NRW-Landtags an den Verhandlungen beteiligt. Armin Laschet, der nordrhein-westfälische CDU-Vorsitzende und stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende. Karl-Josef Laumann, der damalige Vorsitzende der CDU-Fraktion im Landtag NRW. Wir stellen fest, erstens, laut SPD-Parteivorsitzendem Sigmar Gabriel trägt der zwischen SPD und Unionsparteien ausgehandelte Koalitionsvertrag eine sozialdemokratische Handschrift und beinhaltet vieles, was das Leben der Menschen in Deutschland erleichtern und besser machen soll. Es zeige, dass Politik keine abstrakte Veranstaltung irgendwo in der Mitte Berlins ist, sondern Arbeiten und Zusammenleben in unserem Land ganz konkret in den Blick nimmt. Bundesgesundheitsminister Gröhe hat noch als CDU-Generalsekretär vor wenigen Tagen betont, dass sich die intensiven und harten Verhandlungen gelohnt hätten. Der entscheidende Maßstab sei, dass der Koalitionsvertrag unser Land voranbringe. Er kommentiert, der Vertrag spiegelt in guter Weise das Wahlergebnis wieder und ist von einer kräftigen Handschrift der Union geprägt. Wir nehmen also zur Kenntnis, dass der Koalitionsvertrag gleichzeitig die Handschrift von SPD und CDU trägt. Wir beglückwünschen die an den Koalitionsverhandlungen beteiligten Mitglieder der Landesregierung zu ihrem selbstlosen Einsatz und begrüßen die hervorragenden Verhandlungsergebnisse. Insbesondere begrüßen wir den Einsatz in die Totalüberwachung der Gesellschaft durch die geplante Einführung einer anlasslosen Vorratsdatenspeicherung. Wir begrüßen den dokumentierten Willen, weiterhin keine ernsthaften Anstrengungen zur Aufklärung des NSA-Überwachungsskandals unternehmen zu wollen. Wir begrüßen die Durchsetzung einer fortschrittlichen Familienpolitik durch die Beibehaltung des schwachsinnigen Betreuungsgeldes. Wir begrüßen wirklich ausdrücklich den anhaltenden Stillstand beim Ausbau des Breitbandinternets, wodurch Deutschland auch in Sachen Infrastruktur in den kommenden Jahren nur Internetentwicklungsland bleibt. Wir begrüßen den Abschied vom Prinzip Netzneutralität durch die geplante Zulassung ausgewählter Dienste, was die Dominanz der großen Player im Online-Bereich mittelfristig zementieren wird und Innovationen hemmt. Wir begrüßen den halbgaren Kompromiss bei der doppelten Staatsbürgerschaft, wonach jemand, der nicht in Deutschland geboren ist und aufgewachsen ist, sich auch in Zukunft irgendwann für einen Pass entscheiden muss. Ganz egal, wie lange er schon in Deutschland lebt. Wir begrüßen die Fortsetzung der verheerenden Finanzpolitik von Bundeskanzlerin Merkel auf europäischer Ebene. Wir begrüßen den Abschied von der Energiewende durch eine Vielzahl von Maßnahmen. Wir begrüßen die völlige Abwesenheit jeder Bemühung, ein gerechtes Steuersystem in Deutschland zu schaffen und ein weiteres Auseinandergehen der sozialen Schere zu verhindern. Wir begrüßen den Verzicht auf einen allgemeingültigen Mindestlohn, der diesen Namen wirklich verdienen würde. Leider verdient er ihn nicht, da so viele Ausnahmen enthalten sind und das Ding auf den Sankt-Nimmerleinstag verschoben worden ist, dass wir nicht von einem allgemeingültigen Mindestlohn sprechen können. Wir begrüßen das Außerachtlassen der dringend notwendigen Verkehrswende durch den ausschließlichen Fokus der Verkehrspolitik auf Autos, Straßen und die Pkw-Maut und das Ignorieren neumodischer Forderungen wie nach dem Erhalt der Infrastruktur. Wir begrüßen den Verzicht auf Verbesserung der Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderungen. Wir begrüßen den Verzicht auf Gleichstellung von homosexuellen Paaren durch die Verhinderung der Homo-Ehe und eines allgemeinen Adoptionsrechts für gleichgeschlechtlich lebende Paare. Wir begrüßen die Aussicht, dass Abgeordnetenbestechung auch weiterhin straflos sein wird. Wir begrüßen die ausbleibenden Impulse für einen transparenten, autonomen und ausreichend finanzierten Hochschulbereich. Wir begrüßen den dokumentierten niedrigen Stellenwert, den die Transparenz staatlichen Handelns bei den Koalitionspartnern hat. Wir begrüßen die Aussicht auf weiterhin kostenpflichtige frühkindliche Bildung. Wir begrüßen ausdrücklich die Beibehaltung des Kooperationsverbots, was jede Zusammenarbeit zwischen Bund und Bundesländern im Bereich Bildung faktisch unmöglich macht. Wir begrüßen, dass es wieder einmal gelungen ist, im Koalitionsvertrag nicht niederzuschreiben, die Welt sei keine Scheibe. Soweit also die Handschrift von CDU, CSU und SPD. die uns allen das Leben in Deutschland erleichtern soll. Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten! Musik Musik